Halli, hallo, hallo, hallo. Ja, ich musste kurz uns hochstellen und wir sind wieder hier gelandet. Oh Gott, ich versuch's halt nochmal in dieser Runde, beziehungsweise in dieser Aufnahme. Aber ich muss halt gucken, dass ich mich nicht so klar aufnehme. Gott, ich muss halt nochmal aufhören. Entschlossenheit. Goodbye, Mami. Ich weiß immer noch nicht, was ich falsch gemacht habe. Ah, das ärgert mich teilweise so. Okay, so weg, ne? He 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 he. Ach, ihr habt's ja angedrückt. Jetzt wisst, ihr wisst nicht wie das, wie das Arsch... Aua, Aua, Aua! Oh Gott, ich versuch's. Aha! Aua! Upsa, das war fehl von mir. Das war fehl von mir, weil ich so verdeppert bin. Aua! Aua! Oh, nein! Sei! 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 Aua! Tch! Ui, das ist halt gut gezessen. Aua! 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 Ich war schon mal besser, aber ja. Ich muss mich anders hinsetzen, warum eigentlich. Aua! 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 Wahrscheinlich sollte ich halten. Wahrscheinlich sollte ich halten. Das kann ich jetzt raus, aber ich heile mich trotzdem einmal. Wegen... Ne? Aua! Siehste, dann hätte ich gestorben, wenn ich's nicht gemacht hätte. Oh Gott... Diesen Angriff hasse ich! Aua! Ui! Ähm... Komm ich re... ...re... ...reskiers! Re... ...re... 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 ...gene... Oh nein! Das war dumm! Das war dumm! Das war... Ja! Uuuuuhhh... Ehehehe! Aber das ist ja relativ gut, weil ich... so gelaufen eigentlich. Warte mal kurz. So. Das ist teilweise die Musik teilweise, weißt du? Momentan ist das weg und dann denkst du dir so... Nope. So. Ich zitter voll! Aua! Ja, das war... ...bisschen zu früh. Aua! 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 Wie also, der obiš. Aua! Bsi Meri Aua! Aua! Ich hasse diesen f***ing Angriff! Mann, ich muss mich kurz anders hinsetzen. Das habe ich jetzt mehr durch. Also von dem her... Komm her, zeig was du kannst! Oh Gott, ich habe diesen f***ing Angriff. Aber genau wegen Redemy. Oder vielleicht noch jemand ganz anderes? Mein weiß ist nicht. Aua. Aua. Scheiße. Ich habe schon wieder so wenig gehalten. Aua. Aua. Fuck it. Okay. Da da da. Da da. Da da. Oh, das ist f***ing ab. Die Melodie ist eigentlich recht. Ja, dumm. Heute tut weh. Mann. Mann. Wieso will ich so viel wieder so viel? Aua. 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 Ich meine auch. Ah, ich habe es abgesperrt. Aber hey. Aua. 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 Weißt du? Du denkst, dass du es helst und dann ist es doch nicht. Oh Gott. Tiefel. Schnellere Version. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Doch nicht. Hast du noch eine Hackbrote mit 9 mitnehmen? Äh. Ja. Geh an. Ah. Ah. Das ist zu schnell. Ah. Das ist zu schnell. Mann. Und ich schwitze wieder wie ein Hornox gerade. Nee. Ah. Was habe ich schon. Oh. Oh. Ah. Uff. Aua. Ah. Aua, 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 fuhlt ja schon wieder gut an, oh ich hasse diesen Angriff, ich glaube jetzt Hanis, sagte diejenige, der starb. Ich will nicht mehr. So wie Remilias Angriff teilweise, weil ich habe sie auch früher gehasst, mit dem Spezial Angriff und ich hasse es immer noch. So, ich... Okay. Aua, 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 Aua. Nein, ich muss wieder heilen. Aber wenn sie jetzt sagen, Lisa, du schleppst gerade. Ich weiß. Das war fies. Ich wollte einfach gerade nicht ein Highlighter benutzen. Ich hasse es. Ach. Man ey. So eine Kompo hasse ich doch, sagte diejenige, der starb. Und so von Panik von... Aua. Oh nein. Es kommt da aus Rast. Tja. Aua. Aua. Oh nein. Es kommt da aus Rast. Tja. Aua. Aua. Du musst das selber mal probieren. Das geht so teilweise so schnell, wo du denkst. Was? Wie soll ich denn damit ausweichen? Ich wird wieder stets. Ich werde wieder stets. Ich werde wieder stets. Ich werde wieder stets. Wird eine Milliarde... Oh. Eine Milliarde Versuche brauchen und das ist wahrscheinlich nicht äh... Nicht Dings gemeint. Und je nachdem ist es natürlich verändert, je nachdem was man hat natürlich. Der erste Burschkopf vergesse ich. Zeichen nicht der rot-fucking-riesen-boss-wär. So wie, so wie wahrscheinlich beim Normal, bei Remilia, muss man auch im normalen Modus spielen, weil in dem Moment halt Remilia war. Das ist kein Problem, aber wenn es sobald irgendwie lautet Zwischenkund, ey, ich krieg'n einen Fallsch. Und es kommt ja noch, wenn es fucking nicht verschneller wird. Nein! Oh Gott. Und jetzt kommt die Streifucking-Attacke. Oh! 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 Ah! Fast ohne Schaden. Überstanden. Okay. Genau! Das meine ich! Oder Timing bin ich auch sehr... Aua! Aua! Oder vielleicht mach ich's auch hofflang weiter. Ich weiß nicht, bis ich der echte Kampf kann zeigen. Das überleg' ich mir noch. Oh Gott. Das wird... Jahre dauern, bis ich... Ja! Katastrophe! Okay. So, so, so. Ups! Das war Fail! Oh nein! Oh nein! Aua! Ah! Nein! Heile mich! Zur Sicherheit! Heile mich! Zur Sicherheit! Ich bin mit der Hälfte! Boah! Ah! Ich bin mit der Hälfte angekommen! Fick dich! Aua! Fick dich! Fick dich! Okay. Bisher noch genug Heileitems, sagte diejenige, der starb. Fick dich! 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 Ah! Ich bin so nervös! Das klappt ihr! Ich bin teilweise so nervös! Das klappt ihr mir gar nicht! Ich hasse diesen fucking Angriff wegen fucking Remilia! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Ich lieb's trotzdem! Auch wenn ich jedes Mal ähm... Stirb... Moment! Will ähm... Was durchschicken? Hä?! Ah, okay, okay, alles gut. Ich habe nur gemeint in dem Moment. Hä? Ne, XP. Alles gut, alles gut. Alles gut, ich wollte nur... Okay. Ich will nur gucken. Oh, okay. Ah, seks. Leslie's gut, sieh! Aha, ich muss noch ein bisschen länger in der Mitte bleiben, okay? Ich glaube, ich bin... Aua! Schaden, bitch, Allah, Allah, nein, nicht, sterben, jetzt, Mann, no, ah, wo ist mein Handy? Ich dachte, ich hätte irgendwie einen Moment oder so, man weiß es nicht. Ich habe auch teilweise gehört, dass wenn du böse machst, also das böse Ende machst, wird je nachdem ein anderes, ja, ich meine, mehr oder weniger was erscheinen, was relativ paar Spieler und auch persönliche Familie ziemlich geserbt bereitet hat. Ich weiß nicht, was das ist, sie hat nur gesagt von wegen, ähm, meine Freundin hat nur gesagt von wegen, ähm, ja, pass auf, was du, ähm, machst. Je nachdem, was man für, ja, ich sag mal, Todesart, ähm, ähm, Todesdienst macht, wird, äh, je nachdem etwas anderes getrickert. Schwicker 3. Und ich denke mir nur so, was denn? Und, ähm, es ist ja nicht unbedingt ein Geheimnis, dass, äh, dass je nachdem, was du, äh, tust bei Undertale, je nachdem, eine andere Ente führt. Ich dachte mir nur so, was, was ist so schlimm, was sogar mein innerer Kreis Angst, ähm, Angst bereitet. Und ich denke mir nur immer nur so, nein, verdammt. Und dann denke ich mir immer nur so, was ist so schlimm, dass sogar mein innerer Kreis davon Angst hat. Ich hab nach, äh, gegoogelt und oh mein fucking Gott. Es gab Bilder, wo du teilweise denkst, so, what's going on hier? Was? Du denkst dir in dem Moment so, was? Ne, das hat sie relativ nicht getan, oder? Also, ja, es. Und dann denke ich mir nur so, ach du heiliger Monstrum und Remilia Scarlett, was ist das denn für ein Monster? Und dann denke ich mir nur so, nope, not cool, was du anstellst. Und ich hab natürlich, wie neugierig ich bin, ähm, tatsächlich, ähm, mal geguckt, was, äh, denn so extrem ist. Also, beziehungsweise, ich hab nicht das ganze gegoogelt. Jedoch, ähm, weiß ich, jetzt eine, äh, als Playerin, wo das gute Ende und das böse Ende gespielt hat, ähm, weiß ich, dass man, äh, beim böse Ende relativ viel Level erreichen kann. Ähm, es gibt ein bestimmtes Maß, aber ich hab jetzt nicht gesehen, irgendwie, maßhoch muss, äh, dein, nicht dein Schuldlevel, aber so, 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 so dein, dein Fakt, äh, äh, dein Schuldlevel gewesen sein. Und ich so, okay, also, beziehungsweise dein Mordlevel, schräg, schräg, was er ja gesagt hat, im letzten, vorletzten Part, von wegen, ähm, ja, Hinrichtungspunkte quasi. Wir haben, also, ich bin diesen Zeitschleifer ja null, aber beim, au, au, äh, beim diesen halt, ähm, beim nächsten halt, äh, Zeitschleifer denkst du dir nur so, Was hab ich getan? Und mal gucken, ob's teilweise echt, teilweise recht hatten. Nur mal teilweise. Also, na ja. Oh nein. Aua. Okay, ich hab nur noch genug Heilung, sagte diejenige, was starb. Aua. Hab Spaß. Aua. Du bist scheiße. Mann. Genau deswegen, als ich diesen blau und Dings kacke. Aua. Wird sterben. Wird sterben. Wird sterben. Nein, doch nicht. Das hat nochmal die Güte gezeigt. Auf jeden Fall, ja, das sollte nach Level 5 richtig abspacken. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ah, fack. So wie Baby. Oh nein, das war blau, äh. Du treibst mich in den Wazin. Lag passive. Ja, wirst du sehen, wirst du einfacher. Aua. Agh. H Наfer zu treffen. Das sind Inneng estás. Tillich, ist es me ze Miriam in Dynamo. Ach, Mann. Ah. מן. Oh nein. bald haben wir es nein, ich habe kein Eislauch mehr ich schaff es nicht scheiße, genau nein, ich war so weit vernervt eigentlich Moment Lisa verliert nicht die Hoffnung ich glaube nicht, dass ich ins bin also Lisa, die ist selber dann Sheva, Sheva, wir sind Sheva also beziehungsweise unser Name nicht Lisa, sondern Sheva weil Sheva ist, werde ich im bösen Wand sein wenn ich jemals kann ankommen dauert noch zwei, äh, drei Stunden bis ich ich gucke jetzt nicht nach, nein Aua ich glaube Aua das schaff ich noch, sagte diejenige, die starb ähm, ja ich hasse die Attacke, die so scheiße sagte diejenige und starb ähm, ja Wu-Mерь ja teilweise teilweise vom von von doctrinal Berlin total total miserabel sie, also total von wegen, wir müssen quasi alle umbringen, jedoch aber auch mehr vom Spiegelbild erfahren, Spiegelbild, warum habe ich ja teilweise auch bei Spiegel gesagt, von Venom, so, hey, ich kann mein Spiegelbild nicht, aber obwohl das normal war, also der Spiegelbild normal. Aua, ich muss wieder schon am Anfang heilen, das ist doch traurig, sie sind quasi wie Spellcards, man darf sie nicht, die Heilung ist quasi wie ein Spellcard, man darf sie nicht verschwenden, man muss teilweise im richtigen Moment warten, Aua, ich zitter schon wieder voll, Aua, und manchmal nicht so traurig, sie wie ich, wenn man schon von vielen Versuchen reden, wie viele Versuchen habt ihr bei Undertale schon gehabt, also wer Undertale gespielt hat, meine ich, Wer, hey, ich werde, ja, wie stand, Okay, bewegt, soft, bewegt. Aua. Iiii. Iiii. Aua. Okay, ich hab noch genug Heilung. Hast du schon davor auch gesagt und davor, und davor, und davor, und davor, und davor, aber... Oh, ich hab noch. Ich hasse diese Tage, ich muss mich wieder heilen. Aua. 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 Aua.